Was geht Youtube? Ich bin Jesus Gengen Gengen heute, ich bin wieder mit einem neuen Video für euch heute kein Reaction Video mann! Gestern waren sehr sehr schlechte Tage für mich mann, ich schwöre zu Gott gestern war nicht so gut für mich mann! Gestern meine Bahnkarte ist unblockiert ich weiß nicht was los mit dieser Bahnkarte ich habe schon gestern in Lade gegangen Essen kaufen mann Bro meine Bahnkarte passt nicht ich habe 1 Stunde in Lade gemacht, Essen genommen, alles was ich brauche schön gekauft so zu allem meine Karte passt nicht den ganzen Tag ich habe gesagt ich muss in die Bahn gehen Geld abholen das Haus passt nicht ich kann meine PIN schon meine PIN passt ich kann meine PIN schon meine Karte passt nicht jetzt heute ich habe gar nicht Essen dabei in meinem Schrank Bro gestern war Samstag gar nicht Essen dabei in meinem Schrank mann ohne Eier, Joghurt, das ist alles mann die andere ist gar nicht mann ich schwöre zu Gott guck guck Bro das Ding ist so scheiße ich muss diese scheiße Ostbahn rufen morgen morgen ist Montag hm gestern was los mit dieser Bahnkarte ich weiß nicht ich weiß nicht ich muss jetzt die Leute rufen und fragen das ist alles mann diese scheiße Bahn gibt mir gestern den Kopf gestern ich muss Brot und Eier essen ich schwöre Gott zwei Eier mit Brot diese passt nicht immer diese scheiße Bahn dann ich weiß nicht was los ich habe Geld in meinem Konto ich kann meine PIN denn meine Bahnkarte passt nicht sozusagen diese 1 Stunde wo ich gestern ich habe schön gemacht in diesem Laden das war sehr sehr scheiße für mich denn alle Gäste die Leute gucken mich die nirgenden was los hast du die Karte geklaut oder was wieso die Leute gucken mich so man diese Bahn ich habe keinen Bock mehr für diese scheiße Bahn ich habe keinen Bock heute habe ich ein bisschen Reaction Video gemacht für euch ich mag das Eletting jetzt vielleicht euch sehen das Reaction Video heute oder morgen denn das Video ich mag das übermorgen ich muss meine Haare auch pushen weil meine Haare jetzt ist nicht so gut man wenn diese Krimen ich durch jeden Tag ich puste meine Haare ich muss diese Krimen nicht pusten weil diese Krimen ist gut für jassen Afrikaner Haar ich muss diese Krimen pusten ja gestern waren nicht so gute Tage für mich gestern waren nicht so gute Tage für mich so morgen ich rufe die diese Probleme schon weg ich rufe weil ich nur nicht weil ich muss essen kaufen ich habe keine Essen dabei in meine Küsschrank jetzt muss Essen kaufen morgen ich rufe diese Leute weil ich rufe die diese Probleme schon weg machen. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss meine Herren mit diesen Krimen pusten. Ich hoffe, dieses Video gefällt euch. Abonnieren sie und kommentieren sie. Mein Video für euch kommt jedes Wochenende. Ich mag Reaction oder ich mag Videos, was passiert mit meinem Wochenende. Mein Wochenende war gut, ich habe einen Gästen. Ich arbeite die ganze Woche, weil ich mag das Bild und so. Ich muss die ganze Woche arbeiten und 1 Tage Schule machen. Das ist nicht so schlecht. Jeden Wochenende ein Video kommen, sagen, gebt mir meine Werke, meine ich muss machen. Ich hoffe, mein Video gefällt euch. Abonnieren sie. Ich muss meine Haare mit dieser Krimen machen. So, guck mal, ich muss so machen. Ich muss diese Krimen machen. So, so machen. Ja. Meine Haare ist so schlecht, ja. Ich habe sehr, sehr lange Haare, aber ich muss diese Krimen machen für diese Haare. Bisschen hoch. Ja. Gut. Bro, diese Haare ist so schwer. Diese Haare ist so schwer, ja. So viel schlecht, ja. Aber ich mag diese Dinge schön in meinen Haaren, denn später euer Sehen, was ich habe schön gemacht. Sehen euch später, ich muss in den Krupp gegangen hier, mag diese in meinen Haaren, denn bis es 1,5 Minuten wartet, dann waschen weg, dann duschen, meine Wohnung, pusten alles, weil meine Wohnung ist nicht gepustet, ich muss meine Wohnung pusten. Und den Rest erst mal machen. Sehen euch später, dann, wie geht meine Haare. Aber jetzt ist es sehr, sehr schwierig, Mann, guck. Und diese Krimen gehen, gehen wir ein bisschen gut. So, es geht auch später, Mann. Ich bin wieder, ich habe schon die Krimen gemacht, Mann, guck, wie lang sind meine Haare jetzt, Bro. Das ist sehr, sehr lang, aber jetzt muss ich ein bisschen Tüter machen über diese Haare. Jetzt guck, Bro. Ich kann jetzt Brüß machen, ich schwöre, ich kann jetzt Brüß machen, meine Haare, Bro. Guck, wie lang sind meine Haare. Früher war es nicht so. Aber ja, ich habe diese Krimen gemacht, hier ein bisschen raus gemacht. Ja, die Haare hier ist so lang. So, ich muss jetzt diese Tüte über diese Haare machen. Dann 1 bis 30 Minuten warten. 1 Stunde bis 30 Minuten warten. Dann kommt die Haare raus. Dann kommt die Haare raus. Geht die Pusse. Das Problem ist, guck. So, ich sehe euch später, wenn ich fertig werde. So, ich muss 30 Minuten warten, so, wenn ich fertig bin. Dann waschen, wenn es in den Videos geht. Ja, diese Haare, die Haare gehen so schön. Nach 30 Minuten sehen wir, wie meine Haare sind. Es muss ich gehen, sehen auch später. Bro, ich habe es schon fertig gemacht. Guck mal, meine Haare, wie meine Haare sind. Lange jetzt. Ah, ja, ich kann das Brüß machen jetzt, meine Haare, aber ich mag das jetzt nicht. Was später, ich mag das jetzt, gut gepusht. Alles schön hier, ich habe schon geduscht. Oh, das ist alles sehr, sehr lange jetzt, man. Guck. See, man. Wow. Hier sind fire. See, man. Wow. Das ist alles sehr, sehr, sehr gut hier, man. So, ich habe Kain und Kaffer, jetzt hier. Guck mal, die Haare sind sehr, sehr lang. So, das ist das Video für heute, man. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Abonnieren Sie und kommentieren Sie auf meinem Kanal. Gebt mir meinen über die Haare. Vielen Dank für mein Video. Gucken Sie es, wie Sie gehen. Wir sehen andere Videoidee.